Ah, Stern 80! Und vielleicht schneller als erwartet. Oh, da hab ich das Leben verpasst. Macht aber nichts. Ach Gottchen, hier wären auch noch mehr Münzen gewesen. Da bloß nicht wieder reinhüpfen. Also es gibt ein bisschen was über 100 Münzen, ne? Wenn man mal bedenkt, dass noch die... Ich hab nur drei oder so, oder zwei rote Münzen. Äp. Aber ich weiß noch von früher, dass in manchen Leveln ähm, gerade so 104 oder sowas sind. Wohlbemerkt mit inklusive Gegnern und so, ja? Also... Aber hier gibt's ein bisschen mehr. So. So. Nein! So ne verfluchte Scheiße. Echt jetzt mal. Es kann doch nicht wahr sein. Wie komm ich an diesen blöden Stern? Aaaaaaah. 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 Boah. Mario, du spielst mit meinen Gefühlen. Ich seh' nichts mehr. So. Hier muss ich auch seitwärts ran. Yes! Bam, Alter. Oh Gott. Endlich dieses Scheiß-Level geschafft. Jetzt freue ich mich. Jetzt darf auch immer die Katze raus. Oh, da krieg ich jetzt aber nochmal Leben. Ding. Ding. Speichern und weitern. Ja, meine lieben Freunde. Das war Stern80. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und bis der Ende. Ciao, ciao. Ciao.